Sie sehen natürlich eine Schuhmacher-Kollektion voller Weiblichkeit, aber eben auch ein starkes Selbstbewusstsein. Im nächsten Sommer werden wir sehr, sehr viele Pastellfarben sehen, auch wieder sehr viel Blumen, natürlich ganz viel Karo. Ja, wir sind detailverliebt, aber trotzdem weniger ist immer mehr. Im Styling waren wir schon reduziert, weil ich finde immer zu viel macht irgendwie den Rest kaputt. Ja, ich freue mich vor allem, dass Franzi da ist und dass sie diese Show eröffnet. Ja, ich freue mich vor allem, die Kollektion endlich mal laufen zu sehen. Ich wünsche mir eigentlich, dass das Publikum sich vor allem erst einmal wohlfühlt und in diesem Rahmen die Kleidung auffügend auf sich wirken lässt. Vielleicht in gewisser Art und Weise sich darin wiedererkennt. Für mich war die Entscheidung auf dem Fakt, dass es ein langfristiges Award ist. Und es gibt eine richtige Incentive und eine richtige Investition in das und es ist nicht ein One-Hit-Wander. Wir haben ursprünglich ja gar nicht in Deutschland gezeigt, sondern nur in London und auch nur in Deutschland. Wir haben es verkauft und sind dann durch die Berlin Fashion Week überhaupt nach Deutschland gekommen. Dass viele namhafte Designer abgesagt haben, war ich skeptisch am Anfang. Aber wiederum habe ich gedacht, dass es eine gute Möglichkeit ist, gerade für uns Jungdesigner, uns dann noch mehr zu kräsentieren. Und ich denke, das, wovon ich immer gesprochen habe, dass Designer Zeit brauchen, die Bühne brauchen, um sich zu entwickeln. Das sehen wir jetzt ganz langsam. Dass Labels, die Jungdesigner waren, zu etablierteren Labels werden, was ich ganz toll finde. Das sehen wir jetzt. Bis zum nächsten Mal.